Ich werde, um diese Frage zu beantworten, ob Japanerinnen die besseren Kantianerinnen sind, die Praxis des Hamsé-Kunst vorstellen. Und wir werden uns auch mit Scham- und Schuldkulturen, also mit diesen beiden Begriffen, auseinandersetzen müssen, wenn wir das dann tun. Um eine Frage zu beantworten, muss ich aber zunächst weitere Fragen formulieren. Nämlich, was bedeutet eigentlich gute Kantianerin? Und, noch viel wichtiger, was meine ich eigentlich, wenn ich Japanerin sage? Die Antwort oder eine Antwort auf die Frage, was eine gute Kantianerin ausmacht, habe ich persönlich in der Pädagogik gesucht und gefunden. Es gibt ja auch da viele mögliche Antworten drauf, was eine gute Kantianerin auszeichnet. Meine Antwort, wie gesagt, aus der Pädagogik. Und dort schreibt Kant, dass alles mit Disziplin anfängt. Da denken wir vielleicht eher an den Lehrer Lempel aus Maximum Nowitz als an Kant, aber das steht da so. Und Disziplin ist Kant zufolge die Gewöhnung ans Gesetz. Also, das Kind muss sitzen bleiben, weil ich sage, muss jetzt sitzen bleiben und so weiter. Dann folgen zwei weitere Stufen, die er Kultivierung und Zivilisierung nennt. Unter Kultivierung versteht er zunächst ganz einfach nur die Vermittlung von Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben, Rechnen, aber auch sowas wie Musizieren. Und mit Zivilisierung beschreibt er etwas, was wir heute teilweise mit Sozialkompetenz meinen, aber vor allem auch Umgangsformen. Er beschreibt die Zivilisierung folgendermaßen. Zur Zivilisierung sind Manieren, Artigkeit und eine gewisse Klugheit erforderlich, der zufolge man alle Menschen zu seinen Endzwecken gebrauchen kann. Sie richtet sich nach dem wandelbaren Geschmacke jedes Zeitalters. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr nach Kant. Es klingt zumindest nicht nach seiner Moralphilosophie. Da schreibt er doch tatsächlich, ich soll als Lehrerin den Kindern etwas beibringen, was ihnen ermöglicht, alle anderen Menschen zu meinen Zwecken zu gebrauchen. Das klingt ein bisschen, als würde es konfligieren mit dem kategorischen Imperativ. In der Endzweckformel. Wo ich ja gerade nicht die anderen Menschen als Mittel für meine Zwecke nutzen soll. Das ist aber kein Problem, denn im Idealfall gibt es eine vierte Stufe. Und die ist auch der Grund, warum das jetzt kein interner Konflikt bei Kant ist. Dass er sagt, wir sollen den Kindern beibringen, andere Menschen zu ihren Zwecken zu gebrauchen, beziehungsweise ihnen die Techniken dazu vermitteln. Denn dieser vierte Schritt ist die Moralisierung. Und er sagt, das ist nicht nur der letzte Schritt, sondern auch der schwierigste. Er beschreibt die Moralisierung folgendermaßen. Der Mensch soll nicht bloß zu allerlei Zwecken geschickt sein, sondern auch die Gesinnung bekommen, dass er nur lauter gute Zwecke erwähle. Aha. Gute Zwecke sind diejenigen, die notwendigerweise von jedermann gebilligt werden und die auch zu gleicher Zeit jedermanns Zwecke sein können. Das klingt jetzt schon eher nach Kant. Nach dem kategorischen Imperativ in der Universalisierungsformel. Und wenn er weiter schreibt, man muss dahin sehen, dass der Zögling aus eigenen Maximen nicht aus Gewohnheit gut handelt, dass er nicht bloß das Gute tue, sondern es tue, weil es gut ist. Denn der ganze moralische Wert der Handlung besteht in den Maximen des Guten. Wenn er das weiter ausführt, dann denken wir, ja, das passt jetzt wieder zu seiner Moralphilosophie, zu der Anforderung, dass wir aus unseren eigenen Maximen heraus eben gut handeln sollen und nicht nur, weil ein anderer oder eine andere uns das jetzt sagt. Und dementsprechend basiert die Moralisierung auch auf den Maximen und zielt auch auf die Maximen. Und das unterscheidet sie von den ersten drei Schritten maßgeblich. Denn diese ersten drei Schritte führen zu einem Pflichtgemäßen Handeln. Das heißt, das Kind bleibt eben sitzen, weil ich ihm sage, du musst jetzt bis 8.15 Uhr sitzen bleiben. Und es schreibt das A so, weil ich ihm sage, du schreibst das A jetzt so und nicht so. Und das führt zu hypothetischen Imperativen, die das Kind dann anwenden kann. Was wir in dieser Beschreibung der Zivilisierung ja ganz explizit auch drin haben, wenn er sagt, das, was eben bei uns Manieren und gutes Verhalten sind, das hängt vom Zeitalter ab. Und er denkt dann natürlich an das Barock. Und das können wir ganz einfach auf verschiedene Kulturen auch übertragen. Was in einer Kultur höflich ist, ist in einer anderen gerade unmöglich. In Japan sollte ich die Suppe so laut schlürfen wie möglich und in Frankreich möglichst nicht. Das heißt, wir haben in diesen ersten drei Stufen der Erziehung etwas, was zu einem Pflichtgemäßen Handeln führt und zur Anwendung hypothetischer Imperative. Und dann kommt sozusagen der Bruch. Denn wenn das Kind es schafft, die Stufe der Moralisierung zu erreichen, was er die meisten Erwachsenen kann zufolge nicht wirklich schaffen, dann ist es in der Lage, aus seinen eigenen Maximen heraus das Richtige zu tun. Das heißt, es ist zu einem Handeln aus Pflicht gelangt. Und es ist im besten Falle in der Lage, den kategorischen Imperativ anzuwenden. Das heißt, die Antwort auf die Frage, was eine gute Kantianerin ausmacht, finden wir hier folgendermaßen. Nämlich ist eine gute Kantianerin die Schülerin, die es geschafft hat, zunächst diese ersten drei Schritte zu meistern, um dann das pflichtgemäße Handeln und die hypothetischen Imperative zu begreifen, als eine Implementierung des kategorischen Imperativs, den man ja so in der Praxis gar nicht umsetzen kann. Und wenn es in der Lage ist, diesen kategorischen Imperativ nicht nur zu verstehen, sondern ihn auch als eine Art Kompass, die Kant schreibt, zu benutzen für die hypothetischen Imperative und die konkreten Handlungen. Wenn das Kind das geschafft hat, dann ist es eine gute Kantianerin, würde ich sagen. Damit komme ich zur zweiten Frage, nämlich, was meine ich eigentlich, wenn ich eine Paarerin sage? Und da habe ich ein kleines Video mitgebracht, das das wunderbar illustriert, was ich eigentlich damit meine. Es ist nicht so wichtig, was gesagt wird. Ein Hinweis, achten Sie auf die Dame links mit den Brillengläsern. Viel Spaß. Hey, what's up, guys? Can you tell the difference between someone who lives in Japan and just a tourist? That's actually very easy. Now, pay attention to the left girl who has glasses. So you can have really good guess whether they live in Japan or not simply by watching their hands while laughing. Now, take a look at these three women. They are all Japanese, but have lived in Canada for a long time. Can you see my point? Yes, probably this only happens if you live in Japan quite a long time. To make my point more clear, let's compare Japanese way with American way, for example. This is American way. It's called horse laughing. You? Yes. What? This is important, right? For a reason. 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 And this is Japanese way. It's called feminine laughing. Enjoy. I can tell you later a little story about what my personal biography is related to this video. But what's for us now important is, is that what I'm interested in, when I ask, what is a Japaner? Not that is what the women on the right side and what the women on the left side, but it is what the women on the left side, but it is what the women on the right side and the women on the right side. That means, when I speak of Japan, I speak of culture. And culture is nothing, what has to do with a phenotype, with Genes, with Herkunft, what auch immer das nun wieder heißen soll. Und erst recht nichts mit dem Konzept der Rasse, auch wenn das leider immer in den selben Topf geworfen wird, sondern Kultur ist gerade das nicht. Sie ist nämlich nicht festgelegt. Sie ist dynamisch und sie kann weitergereicht werden, so wie die Teetasse in der Teezeremonie weitergereicht werden kann. Und ich kann sie auch annehmen. Das ist jetzt schon ein Hinweis zu meiner biografischen Verknüpfung mit dem Video. Ich kann sie annehmen, so wie ich die Teetasse auch annehmen kann. Das heißt, dieser Begriff von Kultur, den ich hier anlege, entspricht dem, den auch Malak et al. vorstellen, wenn sie schreiben Und dieser Kulturbegriff ist für mich als Moralphilosophin auch besonders interessant, weil hier Sittlichkeit, das heißt Moral, Und Sitten, also Traditionen, zusammenkommen. Und das betrifft auch die Erwartungshaltung gegenüber dem Verhalten bei Normverstößen. Wenn wir uns jetzt Normverstöße interkulturell angucken und zum Beispiel Deutschland mit Japan vergleichen, kommen wir, wie schon erwähnt, nicht drum herum, uns mit den Begriffen der Scham- und Schuldkultur zu befassen. Und diese Begriffe haben ein koloniales Erbe. Sie wurden entwickelt, und dieses koloniale Erbe geht auch entsprechend zurück auf die Kulturanthropologin Margaret Mead und Ruth Benedict. Hier Benedicts berühmt-berüchtigtes, die Chrysantheme und das Schwert. Und dort beschreibt Benedict das japanische Moralsystem als eines, das einzig und alleine von der öffentlichen Meinung abhängen würde. Diese Beschreibung beruht auf einem Ideal, nämlich dem Ideal von Benedikts eigener Kultur. Und das ist das Ideal der moralisch autonomen Person, deren Gewissen sich von selbst meldet und die nicht der Meinung anderer, sondern ihrer eigenen praktischen Vernunft folgt. Also eine Person, die eine gute Kantianerin ist. Dass es ein Ideal ist, wird leider häufig übersehen oder auch vergessen. Und das wird deutlich, wenn ich gleich etwas vorstelle, aus diesem Buch von Herrn Dementi. Ein scheinbares Dictionary, in dem ich tatsächlich einen Eintrag gefunden habe zur Praxis, die ich jetzt vorstellen möchte, nämlich Han C. Dort wird Han C. folgendermaßen beschrieben. Han C., just don't get caught. Das ist die Überschrift. Westerners opted for guidelines based on absolute principles derived from universal concepts. Wir sind also die guten Kantianerinnen. Japanese behavior was primarily controlled by shame. Morality in the Japanese context became something like a show. The primary concern was not to get caught in doing something that would be criticized. Doing something wrong was no big deal, since there was no sense of guilt. One of the manifestations of this kind of morality is the practice of Han C. Han C. is especially important in Japan, because it helps make up for a lack of universally applied principles in personal behavior. Da denkt man sich so, das ist ja wunderbar, da haben wir eine Antwort auf meine Frage. Nein, die Japanerin ist nicht die bessere Kantianerin, die kann das überhaupt nicht. Keine Prinzipien, kein Handeln aus Pflicht. Kennen die gar nicht. Alles nur Show, alles nur Fassade. Und wir sind natürlich die besseren Kantianerinnen, weil wir können das alles. Es ist erhellend, wenn wir uns anschauen, welche Bücher der selber Autor noch veröffentlicht hat. Nämlich, gar nicht so lange nach die Prysanthema und das Schwert 1966, Some Prefer Geisha. Das ist tatsächlich eine Anleitung, wie ich mir eine japanische Geliebte halten sollte. Und mein absoluter Favorit, das Buch in pink, Why Oriental Girls Attract Western Men. Und diesen pinken Potpourri aus Rassismus, Sexismus und Orientalismus, den können wir bei Amazon kaufen und sogar auf dem Kindle lesen. Das finde ich erschreckend, ein bisschen. Die Frage ist natürlich auch, warum gehe ich überhaupt auf diesen Autor ein? Ich gehe auf diesen Autor ein, weil zum einen dieses scheinbare Dictionary, aus dem ich gerade zitiert habe, in wissenschaftlichen Bestandsbibliotheken zu finden ist. Das heißt, ihm wird natürlich eine gewisse Autorität zugeschrieben und junge Menschen gehen in die Bibliothek meiner Einmalmater in Berlin zum Beispiel und leihen sich dieses Buch aus und machen sich darüber ein Bild von Japan. Und dieses pinke Buch ist eben nicht nur auf dem Kindle lesbar, sondern es ist 2009 erschienen. Das heißt, gerade die Bücher dieses Autors machen etwas deutlich, was auch zwei Kollegen ganz gut beschrieben haben. Nämlich, wenn sie schreiben, There is a sense in which all of us have been writing footnotes to Chrysanthemum ever since it appeared in 1946. Und dass nicht nur das Werk dieses Autors und dieser scheinbare Eintrag zu Hanzeh, diesem scheinbaren Dictionary, eine solche Fußnote ist zu diesem kolonialistischen Blick auf Japan, das wird nochmal besonders deutlich, wenn wir das Ganze direkt mit Benedikt vergleichen. Denn sie schreibt, A society that inculcates absolute standards of morality and relies on man's developing a conscience is a guilt culture by definition. Also wir sind die Guten. Kein die anderen. True shame cultures rely on external sanctions for good behavior, not as true guilt cultures do on an internalized conviction of sin. Shame is the reaction to other people's criticism. Das heißt, das, was wir in diesen Büchern finden, und dieses Dictionary ist auch so in den 209ern, 10ern irgendwie erschienen und hat noch weitere Auflagen erfahren, das heißt, das, was wir dort finden, in Büchern, die vor einigen Jahren erst erschienen sind, ist tatsächlich eine Fußnote zu diesem Buch aus den 40ern, 50ern, diesem Konzept aus den 40er, 50er Jahren. Teilweise fast wortwörtlich finden wir diesen Blick auf Japan eben heute noch. Dem möchte ich eine Definition von Scham- und Schuldkulturen gegenüberstellen, die sinnvoller ist, die sich nämlich an moralischen Praktiken orientiert. Und eine solche Definition finden wir bei Maria Sibylla Lotta zum Beispiel. Sie beschreibt Schuldkulturen als solche Kulturen, in denen Normverletzungen primär mit Hilfe von Beschuldigung interpretiert werden. Und eine Schamkultur ist dementsprechend eine solche, in der dieselben Normverletzungen mitunter primär mit Hilfe von Kategorien der Scham interpretiert werden. Und diese Beschreibung, die eben an den Praktiken orientiert ist und nicht wie bei Benedikt und Miet an einer scheinfreutschen Unterscheidung zwischen Scham und Schuld, passt auch sehr gut zu den Emotionen, die wir damit verbinden. Und zwar würde ich sagen, soweit ich das beurteilen kann, auf beiden Seiten. Denn die Emotionen, die ich verbinde mit einer Situation, in der eine Beschuldigung stattfindet, ist zum Beispiel, dass ich mich ärgere, weil jemand eine Normverletzung begangen hat. Und dann beschuldige ich diese Person. Das heißt, wir haben hier eine aluzentrische Ausrichtung auf die Anderen. Die kann sich darin äußern, dass, wie bei dem kleinen Jungen hier, der Zeigefinger von mir eben auf die Anderen weist. Das ist das, was bei der Beschuldigung in der Praxis passiert. Und das ist auch das, was auf der emotionalen Ebene passiert, die ich gleich noch erläutern werde. Und genau komplementär dazu haben wir auf der Seite der Scham eine egozentrische Praxis, das heißt eine egozentrische Ausrichtung, nämlich auf mich selbst. Und egal, ob ich jetzt mich empöre und dabei rot anlaufe und mir Wölkchen aus den Ohren kommen, da habe ich natürlich, also dieses Gefühl zu explodieren, wortwörtlich, da habe ich eine, wie Hilge Landwehr schreibt, eine zentrifugale Ausrichtung. Das heißt, das, was ich leiblich wahrnehme und die Emotion, die damit verbunden ist, geht von mir in die Welt hinaus, auf die Anderen. Wenn ich explodieren würde tatsächlich, dann würde ich ja sozusagen mich in der Welt verteilen. Und der Zeigefinger, der bei der Beschuldigung eben sprichwörtlich ist, der weist auch von mir auf die Anderen. Und genau passend dazu haben wir dann bei der Scham das, was Landwehr eine zentripetale Ausrichtung nennt, nämlich es geht alles in diese Richtung. Und das beschreibt sowohl, interessanterweise, einige der Scham-Praktiken, also zum Beispiel das Verbeugen, oder dass sich Durchworte kleiner machen, als man ist in Japan. Das geht alles sozusagen in diese Richtung. Und einerseits ganz anders und andererseits wieder auch nicht so sehr anders ist bei uns Scham. Naja, das ist das Gefühl, dass ich vielleicht, wenn ich mich wirklich schäme für irgendwas, mein Magen zusammenzieht, vielleicht zieht sich mein ganzer Körper zusammen, ich will im Boden versinken, oder ich werde ganz klein mit Hut, wie man sagt. Das heißt, da haben wir eine Ausrichtung auf mich, die so weit geht, dass ich mich quasi, dass ich implodieren möchte, also dass ich mich auflösen möchte. Wenn wir jetzt an diese Definition von Scham- und Schuldkulturen anknüpfen, die eben diesen Unterschied zwischen aluzentrisch und zentrifugal auf der einen Seite, also in die Welt hinaus, auf die anderen, und egozentrisch oder zentripetal auf mich gerichtet macht, dann gibt es ein Bild, das sich sehr schön veranschaulicht. Die drei Affen, die wir wahrscheinlich alle kennen, nicht ganz so bekannt ist, wofür diese Affen in Japan stehen, wo sie ursprünglich herkommen. Und diese drei hier kleben an einem buddhistischen Tempel. Denn sie stehen in Japan für eine gute moralische Haltung. Der Gedanke dahinter ist, dass, wenn ich nichts Böses sehe, höre und sage, ich auch nichts Böses tue. In Schuldkulturen wurde dasselbe Bild ins Gegenteil uminterpretiert, und bei uns stehen dieselben drei Affen für eine schlechte moralische Haltung, namentlich ein Mangel an Zivilcourage. Ich soll eben nicht wegsehen. Ein Bild, das das sehr gut veranschaulicht, ist dieses Plakat aus Galicien, und da steht, und du, was ist deine Meinung zur Gewalt an Frauen? Christopher Bennett hat geschrieben, dass wir eine verurteilende Reaktion auf ein Unrecht, das heißt eine Beschuldigung, nicht nur als moralisch erlaubt verstehen, sondern sogar als moralisch geboten, weil wir uns sonst der Komplizenschaft schuldig machen würden. Und genau das steht hier zwischen den Zeilen. Das ist deine Meinung zur Gewalt an Frauen. Heißt so viel wie, wenn du bei Gewalt an Frauen weg siehst, weghörst und nichts sagst, machst du dich mit schuldig. Das heißt, wir haben hier den Zeigefinger, der auf dieses Du zeigt, und sagt, Du machst dich schuldig, wenn du diese Person nicht beschuldigst. Also die aluzentrische Ausrichtung wird sozusagen noch weitergeleitet. Wenn nun eine Beschuldigung stattfindet, dann ist die klassische Reaktion darauf eine Entschuldigung. Und im Japanischen haben wir einen ganzen Haufen von Formulierungen, die alle mit Entschuldigung übersetzt werden. Ich habe mal diese drei rausgegriffen, denn an diesen dreien kann man schon sehr gut veranschaulichen, wo die Unterschiede in der Praxis liegen und auch auf sprachlicher Ebene. Sumimasen ist eine Formulierung, die ganz, ganz häufig verwendet wird. Im Alltag hört man das ständig. Das kann man sagen, wenn ich zum Beispiel jemandem auf den Fuß getreten bin, dann sage ich auch Sumimasen, Entschuldigung. Würden wir im Deutschen auch sagen. Auch wenn ich an einer Person vorbei möchte und sie bitten möchte, ein Stück zur Seite zu gehen, würde ich im Deutschen auch sagen, Entschuldigung, darf ich mal durch? Auch im Japanischen sage ich dann Sumimasen. Wenn ich durchgelassen wurde, würde ich im Deutschen sagen, Dankeschön. Im Japanischen sage ich auch dann nochmal Sumimasen. Das heißt, hier haben wir einen ersten Unterschied in der Praxis, in der Anwendung dieser Entschuldigungsformel. Shizureishimasu ist eine ganz fantastische Formulierung. Die habe ich ganz am Anfang gelernt, als ich Japanisch gelernt habe. Und mir wurde gesagt, dass das eben Entschuldigung heißt. Und man sagt es in folgenden Situationen. Zum Beispiel, wenn ich in ein Umkleide im Sportstudio komme, ich öffne die Tür, sage ich Shizureishimasu. Aber auch, wenn ich einen Gesprächstermin habe und das Büro betrete und dort die andere Person schon drin ist, auch dann sage ich Shizureishimasu. Im Deutschen würde man vielleicht ganz ähnlich sagen, Entschuldigung für die Störung oder, naja, bei der Umkleide bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Wir haben eine Praxis, die ein bisschen in die Richtung geht. Wenn ich zum Beispiel hier im Sportstudio, auf dem Campus, die Umkleidetür öffne, dann störe ich die Personen, die dort sind, natürlich schon irgendwie. Ich mache ja die Tür auf, die sind vielleicht auch gerade halb schon ausgezogen. Ich sage aber eigentlich nicht Entschuldigung, würde ich sagen. Aber vielleicht lächle ich so ein bisschen verlegen und die anderen lächeln dann so ein bisschen verlegen zurück. Das heißt, auch hier wird etwas praktiziert, was darauf rekurriert, dass ich gerade vielleicht eine leicht unangenehme Situation produziert habe. Das ist keine Normverletzung, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Hier ist aber schon ein ganz klarer Unterschied. Und Moshiwa Ke Arima Sen oder auch Moshiwa Ke Gosaima Sen, das wäre noch hilflicher, ist eine Formulierung, die man zum Beispiel in E-Mails findet. Das wird teilweise drei, vier Mal in derselben E-Mail benutzt. Und eine, die ich vorhin gerade erst gelesen habe, da wurde es benutzt, da stand so ungefähr, ich entschuldige mich für meine späte Rückmeldung. Das kennen wir auch. Also man schreibt eine E-Mail und schreibt, tut mir leid, dass ich mich so spät erst zurückmelde. Tut mir leid für meine verspätete Antwort. Aber dass das da mehrmals in einer E-Mail auftauchen kann, liegt daran, dass ich mich im Japanischen auch entschuldige dafür, dass ich diese E-Mail überhaupt schreibe. Das haben wir im Deutschen ganz selten, glaube ich, wenn man am Ende schreibt, es tut mir leid, dass ich hier so ausführlich alles irgendwie dargelegt habe. Es tut mir leid, dass ich eine so lange E-Mail geschrieben habe. Und sie jetzt damit belästige, diese E-Mail zu lesen. Das ist sozusagen der Subkontext. Aber auch das ist schon deutlich seltener, oder? Und auch wenn sich eine Kleinigkeit geändert hat, zum Beispiel hat jemand eine Verabredung, und der Raum hat sich geändert, was meine Studierenden ja auch zur Genüge wahrscheinlich kennen, dann schreibe ich ihnen nicht jedes Mal, es tut mir so leid, aber der Raum hat sich geändert. Dann schreibe ich, wir sind in Raum X statt Raum Y, oder? Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall kleinere Unterschiede. Und die gehen alle in die Richtung, dass diese Entschuldigungsformeln häufiger benutzt werden, als bei uns. Also man benutzt die deutlich häufiger. Ich habe wie gesagt gelernt, dass Shizureishimas Entschuldigung heißt, und das ist tatsächlich die Übersetzung, auch wenn wir Google oder andere Translator fragen, für all diese Formulierungen. Die Praxis ist wie gesagt schon verschieden. Wenn wir auf die sprachliche Ebene gehen, dann sehen wir, dass die Übersetzung eigentlich gar nicht stimmt. Denn, was mache ich denn, wenn ich sage, Entschuldigung, Ausrufezeichen. Ich formuliere grammatisch einen Imperativ. Und es gibt viele Situationen, in denen das nicht tatsächlich die Intention ist, die damit ausgedrückt werden soll, aber es gibt auch ganz viele Situationen, in denen ich genau das tue, was ich hier sprachlich, grammatisch sage, nämlich, dass ich einen Befehl, teilweise sogar, oder zumindest die Bitte formuliere, an die potenziell beschuldigende Person, mich zu entschuldigen. Also, ich komme zu spät zu einem Treffen und sage, entschuldige bitte, dass ich so spät bin. So. Und wenn mein Gegenüber dann darauf nicht richtig reagiert, dann werde ich mitunter doch auch sauer, oder? Dann fehlt irgendwie was in dieser Kommunikation. Das heißt, ganz oft formulieren wir tatsächlich die Bitte, uns darin zu bestätigen, dass wir zumindest nicht die volle Verantwortung haben für das, was gerade schiebgelaufen ist. Wenn wir dann uns anschauen, was die japanischen Formulierungen wortwörtlich bedeuten, sehen wir, dass sie das Gegenteil ausdrücken. Sumi heißt erledigt oder okay. Und Masen ist die Verneinung. Das heißt, wenn ich einer Japanerin auf den Fuß trete und sage, Sumi Masen, dann sage ich, es ist nicht okay, dass ich dir gerade auf den Fuß getreten bin. Im Deutschen sage ich, entschuldige bitte. Sag mir bitte, dass ich nicht voll schuld bin. Ganz ähnlich ist auch Moshiwa Kei Arimasen, allerdings vielleicht noch ein bisschen schärfer, denn das bedeutet wortwörtlich, es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich die E-Mail so lang formuliert habe oder so spät antworte. Moshiwa Kei ist tatsächlich die Entschuldigung, das heißt, es gibt dieses Konzept im Japanischen durchaus, aber das wird verneint. Und meine Lieblingsformulierung Shitsorei Shimas ist eine positive Formulierung, also grammatisch positiv, heißt aber, es ist unhöflich oder falsch, was ich tue. Das heißt, wenn ich den Umkleideraum öffne, sage ich, es ist unhöflich, dass ich gerade hier die Tür aufmache und euch alle beim Umziehen störe. Und diese letzte Formulierung, Shitsorei Shimas, ist auch etwas, wo wir wieder drauf stoßen, wenn ich jetzt einen zweiten Versuch unternehme, die Praxis des Hansei durch die amerikanische Brille zu verstehen. Da habe ich nämlich die Beobachtung eines amerikanischen Lehrers in Japan gefunden, der folgendes schreibt. On the door to the staff room is a sign reminding the students to say Shitsurei Shimas when they enter and Shitsurei Shimashita when they leave. Now they force the kids to say I'm being rude. When they enter a room they have to enter and I was rude when they leave. But if they are forced to say it against their will, who honestly believes there's any truth behind those words, They just become an empty phrase and when they actually have something to apologize for, there's not going to be any remorse, just words. Das haben wir heute schon mal gehört. Also, alles nur Show, alles nur Fassade, no remorse, no guilt. Auch hier möchte ich jetzt versuchen, das Ganze dadurch zu ergänzen beziehungsweise zu korrigieren, dass ich eben versuche, Hansei durch die japanische Brille zu betrachten. Und das kann ich, wenn ich meinen Begriff von Japanerin anwende, ja tatsächlich, weil ich ein Stück weit mich dieser Kultur annähern kann und sie ein Stück weit lernen kann, zumindest zu verstehen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist im Japanischen tatsächlich die Zeichen sich anzuschauen. Denn die Begriffe sind im Japanischen ganz stark visuell und zeichnerorientiert. Und der Begriff Hansei besteht aus zwei Zeichen, also zwei Kanji. Das erste, Han, finden wir zum Beispiel alleinstehend als Anti- oder Anti-These. Also das, was gegenüber steht, gegenüber der These. Oder auch in verschiedenen Formulierungen, Widerspiegelung, Reflexion oder auch auf der anderen Seite, andererseits, metaphorisch, aber auch räumlich auf der anderen Seite. Und interessanterweise, das zweite Kanji, Se, finden wir in dem Begriff Seisatsu oder genauso geschrieben, nur anders gesprochen, Shosatsu. Und das bedeutet beides, Reflexion und je nachdem, wie man es ausspricht, Besinnung oder auch ganz konkret Meditation. Das heißt, wir haben hier einen Begriff, der quasi Reflexion, Reflexion übersetzt werden könnte. Also, die Reflexion auf mich ist ganz stark. Das heißt, wir haben hier in diesem Begriff, in diesen Zeichen, die hier benutzt werden, eine ganz klare Ausrichtung wieder auf mich. Das heißt, wir haben wieder diese egozentrische Praxis und die zentripetale Ausrichtung auf mich selbst. Denn es geht dabei um mein Verhalten, das ich reflektieren soll. Und das Ziel ist die Anerkennung eigener Verantwortung anstelle von externer Bestrafung. Das klingt jetzt tatsächlich wie das Gegenteil von Chrysanthema und Schwert, oder? Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht aus der pädagogischen Praxis. Denn dort wird Hanze praktiziert als Verbesserung durch die Eigenkontrolle des Verhaltens in Kindergarten und Schule. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Fallbeispiel, das ich gleich vorstelle, in einem Kindergarten stattfand, der allerdings eher bei uns einer Vorschule entsprechen würde. Also es gibt Klassenzimmer und einen Schulgarten und so weiter. Es gibt auch Schulstunden. Aber das Alter entspricht unserem Kindergartenalter. Diese pädagogische Praxis des Hanze basiert auf dem Glauben, dass Kinder autonome Wesen und zur Selbstregulierung fähig sind. Und die damit verbundenen pädagogischen Prinzipien sind an allererster Stelle Fragen stellen. Ganz wichtig. Dadurch wird auch direkte Kritik vermieden und stattdessen die Selbstbeobachtung gefördert. Und als weiteren Punkt ist noch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und das Fallbeispiel, das ich rausgesucht habe, war die Uneinigkeit zweier Kinder über Spielsachen. Da könnte man jetzt überlegen, was in einer deutschen Vorschule oder auch in einem deutschen Kindergarten dann die Pädagogin sagen oder tun könnte. Oder uns an unsere eigene Schulzeit erinnern. Die Lehrerin sagt in diesem Fall zu den Kindern und zwar zur gesamten Gruppe. We need a solution that everyone can agree with. Let's think about this. Und das ist ein erster Unterschied. Sie spricht nicht die beiden Kinder an, die sich uneinig sind und es geht auch gar nicht um einen harten Konflikt, die prügeln sich nicht. Sie sind sich bloß uneinig. Sondern sie spricht die gesamte Gruppe an und sagt, jetzt denken wir alle mal gemeinsam nach. Dann folgt nach diesem gemeinsamen Nachdenken jedes Kind für sich. Das Sammeln der Ergebnisse an der Tafel und die gemeinsame Entscheidung für die für alle beste Variante. Ein weiteres Beispiel aus dem selben Kindergarten, das ich noch erstaunlicher fand, betrifft uns als Lehrpersonen. Denn auch Lehrkräfte müssen über ihre Unterrichtspraktiken reflektieren, um dieses Verhalten vorzuleben. Es gibt solche Ansätze auch in der Pädagogik bei uns, beziehungsweise in der Didaktik, aber die unterscheiden sich in einigen Punkten ganz radikal von dem, was hier passiert. Denn der Fall war so, dass ein Lehrer zusammen mit den Kindern Käfer abgesammelt hat von einer Pflanze im Schulgarten, weil sie dachten, es sind Schädlinge. Dann hat sich aber herausgestellt, dass es stattdessen Nützlinge waren. Und am nächsten Tag haben sie die Käfer zurückgesetzt, damit sie ihren Job tun können, wie ein Kind sagte. Jetzt könnte man denken, ist ja nichts passiert. Ist ja noch mal gut gegangen. Der Lehrer sagt aber Folgendes zu seinen Kindern. I am reflecting on my mistake. And next time I should think about our activity and do some research before making a hasty decision. Shouldn't I? Das heißt, auch hier endet er mit einer Frage, die zwar suggestiv ist, aber genau diese Suggestivfrage bindet die Kinder in diesen Reflexionsprozess mit ein und er kritisiert sich selbst vor den Kindern, ohne von denen angegriffen oder kritisiert worden zu sein. Als ich das gelesen habe, musste ich so in meine eigene Unterrichtstätigkeit denken und habe mir überlegt, wie das wäre, wenn ich solche Selbstkritik vor meinen Schülerinnen und Schülern praktiziert hätte, meine erste Intuition war, dann hätte ich meine Autorität völlig verloren. Der Punkt ist, ich weiß es nicht. Und ich hätte mittlerweile große Lust, das mal auszuprobieren. Generell würde ich aber schon sagen, dass ich nicht unbedingt an erster Stelle an Lehrer Lempel denke, wenn ich dieses Verhalten beschrieben bekomme. Die Praxis des Hans C ist allerdings keine direkt didaktische Praxis oder keine didaktische Methode im engeren Sinne, sondern sie ist eine Praxis, die das ganze Leben umfasst. Das wird hier sehr schön beschrieben. Whether in the context of workplace, school or family, the process of Hans C is mediated by social interactions as group members stimulate each other to think through the good and bad points of a day's activities. Das heißt, es wird am Arbeitsplatz praktiziert, in der Schule, aber auch in der Familie. Und eine Möglichkeit, wie man das konkret umsetzen kann, ist, dass zum Beispiel in der Schule eine Zeit reserviert wird, in der die Kinder einfach nur da sitzen und nachdenken über das, was sie am Tag gemacht haben. Und zwar to reflect on their behavior and set goals for the future. Und das ist etwas, was ich ganz oft so mitbekommen habe, dass tatsächlich formuliert wird, wir denken jetzt darüber nach, was ich heute gut gemacht habe und was ich besser machen könnte. Also eine wahnsinnig konstruktive Art von Kritik. Und zwei mögliche Praktiken, mit denen diese Praxis umgesetzt werden kann, sind eben dieses Bereitstellen von einem bestimmten Zeitraum oder was auch in der didaktischen Ausbildung von Lehrkräften tatsächlich passiert, ein Journal zu führen. Und dieses Journal haben wir zwar auch bei uns in der didaktischen Ausbildung, aber es unterscheidet sich ganz massiv von dem, was dort passiert. Ich habe das mir mal angeguckt, was da empfohlen wird, also was man in diesem Journal notieren soll, wenn man jetzt im Referendariat ist zum Beispiel, dann steht da schon, mit was war ich heute besonders zufrieden mit mir oder was fand ich besonders gut, was ich gemacht habe, was fand ich nicht so gut. Und dann kommen aber sofort Fragen, die die Kinder betreffen. Also mit welchen Kindern konnte ich heute gut arbeiten, mit welchen Kindern konnte ich nicht gut arbeiten und so weiter. Das heißt, dieses Journal in der deutschen Didaktik reflektiert nicht über das eigene Verhalten, sondern über das Verhalten der Kinder. In der japanischen geht es tatsächlich nur um das eigene Verhalten. Wenn wir jetzt zurückkommen zur Frage, ob die Japanerin, zum Beispiel auch die japanische Lehrerin, vielleicht die bessere Kantianerin ist, dann finde ich bemerkenswert, dass hier bereits im Kindergartenalter davon ausgegangen wird, dass diese Kinder autonome Wesen und zur Selbstregulierung fähig sind, weil die werden genau so behandelt. Sehr schön fand ich auch an diesem Fallbeispiel die Aufforderung, wir brauchen jetzt eine Lösung, die für alle gut funktioniert, mit der alle übereinstimmen können und dass am Ende tatsächlich gemeinsam eine Lösung gefunden wird, die für alle gut funktioniert. Ich würde sagen, da klingt tatsächlich das allgemeine Gesetz des kategorischen Imperativs an. Im Kindergarten, wohlgemerkt. Und in der Formulierung Let's think about this, also lasst uns jetzt darüber nachdenken, zunächst jedes Kind für sich und das dann miteinander abgleichen, da würde ich sagen, wird der Sensus des Kommunes trainiert oder sogar schon praktiziert. Wie gesagt, im Kindergarten. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt noch mal die westlichen Pädagogiken mit dieser japanischen Praxis vergleichen, also zum Beispiel Kanzpädagogik tatsächlich oder diejenigen, die sich immer noch ganz stark darauf zurückbeziehen bei Piaget-Colberg oder Adaption der Diskursethik noch mit hinzugenommen, Habermas, all das ist ja immer noch sehr nah an Kanzpädagogik. Wenn wir die jetzt anschauen, dann wird einerseits deutlich, dass die Ziele gar nicht so verschieden sind, denn, da wird formuliert, das Führen moralischer Diskussionen kann als Prozedur gelernt und selbst zur eingelebten Praxis werden. In Diskursen können ethische Normen etabliert und zugleich die Bedingungen entwickelt werden, die psychologisch die Deutung und Akzeptanz von Normen, das heißt ein moralisches Urteil erst ermöglichen. Das ist das Ziel der westlichen Pädagogiken und das ist das, was in der japanischen Praxis tatsächlich passiert, würde ich sagen. Ein großer Unterschied liegt zum ersten darin, dass in den westlichen Pädagogiken und Didaktiken der Fokus ganz klar auf kognitiven Kompetenzen liegt. Ich habe sogar die Formulierung moralische Kognition gefunden. Und zum anderen haben wir, wie gesagt, immer noch ganz stark an Kant orientiert eine Orientierung an Entwicklungsstufen. Die haben wir mit Piaget und Kohlberg ausgearbeitet, aber die haben wir wie gesagt ja auch schon bei Kant mit diesen drei ersten Schritten und dann folgt der vierte die Moralisierung. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus der japanischen Praxis tatsächlich auf der Praxis, nicht auf den kognitiven Kompetenzen. Danach wird gar nicht gefragt, explizit. Und diese Entwicklungsstufen, die die Didaktik bis heute ganz stark auch fast schon könnte man sagen dominieren, die werden da, ich habe das mal in Anführungszeichen gesetzt, ein Stück weit ignoriert. Im Kindergarten werden die behandelt, als seien sie autonom. Das heißt, wir haben bei Kant zunächst die Gewöhnung ans Gesetz, dann folgt ein pflichtgemäßes Handeln, das Kind bleibt sitzen, weil ich es ihm sage und es schreibt das A so und nicht wie das B. Das heißt, es lernt auch hypothetische Imperative anzuwenden, bestimmte Manieren hat es sich antrainiert und irgendwann kommt es, wenn alles gut gegangen ist, dahin, dass es das Gute tut, nicht nur, weil ich es ihm sage, sondern weil es selbst eingesehen hat, dass das jetzt das Gute ist. Das heißt, es hat die letzte Stufe tatsächlich erklommen und ist zum allgemeinen Gesetz und dem Sensus Komunis gelangt. Angefangen hat es woanders. Und hier haben wir, wie gesagt, auch schon bei Kant eine ganz starke Ausrichtung an kognitiven Kompetenzen, weil er sagt, dass man eben dem zehnjährigen Schüler Dinge anders erklären muss als dem 16-Jährigen. In der japanischen Praxis haben wir im Unterschied dazu zwar dasselbe pädagogische Ideal, nämlich die autonome Person. Die Kinder werden behandelt, als seien sie autonom. Aber dieses Ideal wird in der Praxis vorgelebt und das auch von den Lehrkräften. Das hängt damit zusammen, dass in Japan davon ausgegangen wird, dass Charakterbildung generell auf Praxis gründet und Praxis einen viel positiveren Wert hat, viel positiver gesehen wird, als bei uns und auch viel wichtiger genommen wird. Damit komme ich abschließend noch mal zu der Frage, nicht nur, ob die Japanerin eine gute Kantianerin ist, zum Beispiel die japanische Lehrerin, sondern ob die japanische Lehrerin vielleicht sogar die bessere Kantianerin ist als ich. Dafür spricht eigentlich, dass Hanze als individuelle Praxis die erste Maxime der Denkungsart erfüllt, selber denken. Selbst die Kinder im Kindergartenalter sollen schon selber darüber nachdenken, was wir jetzt tun. Zweitens erfüllt Hanze als soziale Praxis die zweite Maxime der Denkungsart. Ich soll an der Stelle jedes anderen denken. Und wie funktioniert das in der Praxis, indem ich erstmal selber nachdenke, dann sammelt man die Ergebnisse an der Tafel und dann redet man darüber. Natürlich. Und Hanze als pädagogisches Prinzip behandelt, wie gesagt, bereits Kinder als autonome vernunftbegabte Wesen. Jetzt könnte man sagen, das ist nicht kantisch. Das ist tatsächlich nicht kantisch. Das ist quasi kantischer als Kant selbst, der ja sagt, nee, nee, so mit fünf Jahren müssen man die noch ganz anders behandeln. Andererseits ist es aber doch wieder sehr kantisch, nicht mit Blick auf die Pädagogik, sondern tatsächlich mit Blick auf die großen Schriften, die theoretischen Schriften. Denn die japanische Lehrerin wendet hier das Kantische als ob an. das Kantische als ob, das wir zum Beispiel in der Metaphysik der Sitten finden, wenn Kant dort über den ewigen Frieden schreibt und den versucht so ein bisschen zu verteidigen. Er sagt, naja, klar, ewiger Friede klingt erstmal unrealistisch. Aber das Handeln nach der Idee jenes Zwecks, dessen Unmöglichkeit gleichfalls nicht demonstriert werden kann, das ist es, wozu uns eine Pflicht obliegt. Ein wunderbar kantischer eigentlich nicht viel mehr heißt als solange mir niemand widerlegen kann, dass der ewige Friede möglich ist, habe ich die Pflicht so zu handeln, als sei er möglich, als ob es einen ewigen Frieden geben könnte. Und ich möchte ergänzen, damit nähern wir uns dem ewigen Frieden, dem Ideal des ewigen Friedens schon ein ganzes Stück, wenn wir so handeln, als ob er möglich wäre. Und genau so könnte man sagen, nähert sich das japanische Kind dem Ideal der autonomen Person dadurch, dass es so behandelt wird, als ob es autonom sei. Vielen Dank.